Musik Dann haben wir hier ne Stange Ähm Ja Ey das ist Ey das ist doch was Ist das eigentlich für ein Spiel ey Kannst du doch schon In die Sparte Sportspiele Tun So also hier rum Das war richtig Dann springen wir hier Und schwingen Und jetzt schwingen wir nämlich in die andere Richtung Das ist immer gut Dass das immer erstmal ein zweites Mal klappt Ja Na los Mistkerl Oh Zack Hier geht der Ey hier steppt ja der Bär Gute Nacht So Auch platt gemacht So Haben wir platt gemacht Super Munition Ähm Ja Hier ist ne Stange Mh 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 Müssen wir vielleicht hier so laufen Und dann springen Und Scheiße Hier vielleicht Okay Okay Und wir schwingen uns da rein Hallo Keiner Drecksack Boah das mit dem Ziel Ey So Dann haben wir platt gemacht Nicht raus Oh So Machen wir das doch einfach nochmal Weil es so schön ist Da hoch Genau Endlich hier rein Ich hab ja gesehen Hier gab es Whisky oder so Trink den mal Genau Da haben wir Da haben wir doch einen Super Ähm Wo müssen wir denn jetzt hin Da geht es nicht lang Dann gehe ich mal davon aus Dass wir hier oben lang müssen Ja genau Und wir laufen einfach mal rum Und Boah der lebt ja immer noch So jetzt Ja jetzt Du Aufweilen Ich geh mal wieder rein Und Ich hole mir Den Whisky hier auch wieder Wir gehen jetzt einfach mal dahin Wir sind doch Wir sind doch keine Pussy Komm Wir machen jetzt einfach erstmal So Und dann werden wir hier erstmal Ein bisschen was aufräumen Ey du Drecksack So nimm das Sauber Hier ist leider nichts mehr Okay Okay Komm her Ich mein Könnt ihr ja jetzt So machen So Komm mal her Auf die dunkle Seite Ich mein Wir könnten jetzt auch ein bisschen warten So 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 Schönen wir Machen wir hier so ein kleines Feuerwerk Genau So Du Nicht Junge Den haben wir schon mal platt gemacht Schönen wir schon mal platt gemacht So Das ist jetzt ein bisschen Wie müssen wir denn da jetzt hoch? Das war nicht gut. So. Ähm, shit. Ähm, müssen wir vielleicht da robben? Boah, geh mal in Deckung drauf. Ähm. Das war gar nicht gut. Also, es heißt, hier hoch. Dann da hoch. Und den weggeknallt. Sauber. 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 Da bin ich jetzt mal sprachlos Gucken wir doch einfach mal Was da so Jetzt passiert noch Ich ahne nichts Gutes Boah, ich brauch ein Whisky Boom, Junge Ähm, ja Hoffentlich überleben wir das Einfach rauffallen Das muss ich eigentlich machen Ich hab keine Ahnung Halten wir einfach mal hier weiter drauf Da hinten ist noch einer Weggesprengen Ah, das brennt dann So alles von selbst Sehe ich gerade Das ist doch gut Da ist noch einer Alles weggeknallt hier Äh, und jetzt Was will die Ah, den Whisky, den brauchen wir jetzt nicht Ah, ein Affe Ähm Jetzt kümmer Was müssen wir denn jetzt Na, da ist der Whisky Müssen wir vielleicht hier raus Weil das Spiel, das sagt uns ja so viel Äh, wir gehen einfach mal raus Und springen einfach mal dahin Ah Okay, dann Machen wir hier einfach mal Platz Okay, ich seh gerade Der ist gegen Äh, Munition Ähm, äh Schusswaffe meine ich Dann werden wir euch doch einfach mal aufschlüpfen Was? Schießt ihr einfach mit Platzpatron? Ja, anscheinend Schießt ihr mit Platzpatron? So, schnell mal hier rumballern Und Das dürfte doch langsam mal gewesen sein, oder? Ja, ja Dann machen wir euch jetzt mal hier schnell platt Bam, bam, bam Okay Du willst Stress? Kriegst du Stress Ich höre schon wieder ein Affen Wo müssen wir denn hin? Wir gehen einfach mal hier runter Das Treppchen Da ist der Affe Super Och nö Schon wieder sowas Ähm Jetzt Spring Hier rum Ah Dann laufen wir hier Und jetzt springen wir da rüber Ja Hallo, hier geblieben Einmal platt Ähm Müssen wir hier lang vielleicht? Jetzt bist du Du Stück Scheiße, ey Mach das nicht nochmal Und mal schnell Ey Hat der das überlebt? Ja, ist klar Manchmal frage ich mich Wer will hier wegen gerade verhalten? Ja Dein Arsch gehört mir Wow Brauch Äh Energie Ja, nicht die Energie So Was ist denn das? Ach Das Spiel Das ist so krank Spring doch mal So Sieht doch gut aus Was wir hier gerade machen Ich würde sagen Wir holen uns erstmal den Whisky Und trinken den Ja Mh Lecker Drecksack Äh Keinen Mut So Schnell mal da hoch Den haben wir mal auch platt gemacht Ey Das Areal Das ist so riesig Nein Und wir fallen ins Wasser Juhu Ähm Scheiße Okay Da wir ja hier schon aufgeräumt haben Müssen wir einfach nur Mal kurz hier so lang Wir müssen Ah Scheiße Ja Bumm Ich gehe mal erstmal Am zweiten Mal Klappt alles besser Na komm her Ja Machen wir hier Boom Ähm Sind wir bald am Ende Komm Den nimm mal mit So Rein hier Ist klar Jetzt geht das schon wieder los Ey So So Den haben wir Schon mal Weck geknallt Dann Genau Machen wir hier die Türe zu Ähm Ja Nächster Wo sind denn hier noch mehr Türen Ah ok Können wir den direkt mal platt gemacht Ich will nicht sterben Ja aber wenn du so weitermachst Dann stirbst du So Wir gucken jetzt einfach mal Das muss doch hier irgendwie weitergehen Wir haben jetzt hier eine Gatling Kann Ist ja wohl ein Witz Ja Du bist ein Platzpatron Ja Ja Du bist gleich Geht zu nah Komm sofort her Ok Wir machen das mal anders Wir gehen da jetzt erstmal runter Und machen da unten Die zweite Äh die Türe zu Weil mir kommen hier langsam Zu viele Gegner Wir werden alle sterben Ja so Den haben wir platt gemacht Dann machen wir hier mal Jetzt zu Komm wieder so Wichser hier Machen wir den mal platt gemacht Super Würde ich sagen Gehen wir wieder da hoch Und knallen dem mal Eine vor den Latz Einfach drauf halten Einfach drauf halten Verdammt Ich muss hier weg Ja Jungen Dann Lauf Okay Was lernen wir daraus Oh Ist er Den holen wir uns jetzt Ah ja Warum hat der Wichser Was ich denn jetzt Wieder regeneriert Was ich natürlich Nicht sehr gut finde Ja so Ja so Jetzt habe ich dich auch Hier geblieben So Da sind noch mehr Türen Na das sind jetzt die Wo ich eben auch war Okay Dann gehen wir jetzt mal Wieder da hin War ja doch War ja doch ziemlich einfach Gerade der Gegner Und wir trinkt Und wir trinken mal hier den Whisky Ah shit Ah shit Das haben wir zu Und wir haben uns jetzt mal zugemacht Super Ich würde sagen Jetzt haben wir genug gekauft Und was können wir denn hier noch machen Lufthieb Ausweichen Hmm 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 Hieb Beim Naja das ist alles so Das sind so Sachen ey Die braucht kein Mensch Kugelschaden für Pistole Das ist doch gut ey Schwertiebe haben wir leider nicht Okay So Und weiter Wo zum Teufel sind denn alle Raus da Es gehört schon mehr dazu Mich zu töten Ja Das zeige ich dir Zeig dir das Na So geht das hier Nein Nicht schon wieder Als ist sie wieder Das ist wirklich die Frau Ja Ich glaube wir nehmen jetzt erstmal die Pistole wieder Zack 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 Und aufgeschlitt Und weiter geht So So Wo wollt ihr hin Ähm So Da war aber Und Wir Schnetzeln uns weiter durchs Spiel So So Dann haben wir auch das gemacht Und Das wird dann Und weiter drauf halten. Einfach drauf halten, ey. Russi, ey. Braucht man noch einen Anstrich hier. Hallo, bleib hier. Und da durch. Jawohl, und wir machen weiter. So, und wie es hier weitergeht, das werde ich euch dann natürlich in der nächsten Folge zeigen. Ich bin raus. Bis dann.